Je nach Arbeitsumfeld ist eine solche Atemschutzmaske absolute Pflicht. Gerade im handwerklichen Bereich ist die Atemluft oft von gefährlichen Partikeln durchzogen und langfristig können diese ihre Atemwege richtig schaden. Deshalb sollten Atemschutzmasken unbedingt Teil ihrer Ausrüstung sein. Sie schützen unter anderem vor wässrigen und öligen Aerosolen, also Flüssigkeitsnebeln, außerdem noch vor Rauch und Feinstaub. Atemschutzmasken sind europaweit nach EN 149 normiert. Als Beurteilungsgrundlage der Masken dient die sogenannte Gesamtleckage. Vereinfachter ausgedrückt gibt dieser Prozentwert an, wie durchlässig eine Schutzmaske ist. Wenn Sie nun entscheiden müssen, welche Maske Sie konkret brauchen, ist auch die maximale Arbeitsplatzkonzentration, kurz MAK, ausschlaggebend. Hinter diesem Begriff steckt die maximal zulässige Konzentration von Staub, Rauch und Aerosolen in der Atemluft, die nicht gesundheitsschädlich ist. Wird sie überschritten, besteht Atemschutzmaskenpflicht. Einfach runtergebrochen heißt das für Sie, je stärker der MAK überschritten wird, desto undurchlässiger muss die Maske sein, also eine geringere Gesamtleckage haben. Damit Sie nun leicht die für Sie perfekte Maske finden, wird innerhalb der EN 149 eine Einteilung in drei Sicherheitsklassen, den sogenannten FFP-Klassen, vorgenommen. Die FFP1 mit einer Gesamtleckage von maximal 25 Prozent ist für eine vierfache Überschreitung der MAK geeignet. Die FFP2 mit einer Gesamtleckage von maximal 11 Prozent für eine zehnfache Überschreitung und die FFP3 mit einer Gesamtleckage von maximal 5 Prozent sogar für eine bis zu 30-fache Überschreitung des Grenzwertes. Bei der Wahl der richtigen Atemschutzmaske gibt es also eine ganze Reihe von Faktoren zu beachten. Sicher ist auch für Sie eine dabei. Faktoren, der ist es eine dabei. Mit dieser benzinrellung musste werden kann Cz-Klasseniantil zurückstehren, ich Ihnen luche die Kaiser für eine großartige Ende der Chemie beteil hijo der Fabian die die feinar von Jungen wieder zu beachten. Untertitelung des ZDF, 2020